dann verpiesel ich mich hier erst einmal wieder ich hab Süschen mitten in der Fahne getötet ich hab Süschen Ich weiß nicht ob du es gemacht hast, in der Kiste, bei den Villagern, ich glaube das die oberen Kiste, sind immer so Reste drin, weil wenn du den Fertig mitbringst, kannst du damit vielleicht dann wieder voll machen und noch einmal trainen. Ich habe bis jetzt, konnte ich großartig nur Kohle trainen. Das ist ja das Problem, und meine selbst geformte Kohle lasse ich nicht dort, das ist ja Deckweiser, aber immerhin wieder 14 Level. Apropos Level, das fehlt eigentlich noch, damit der Deckel da oben drauf kann. Level, Deckel, hä? Achso, da kommen noch ein paar Spawner rein. Da kommen noch Spawner rein. Machen wir erst einmal das hier, das dürfte nur 4 Level kosten, 3 sogar. Das müssten 9 gewesen sein, ne 8. Und da sind die Level schon wieder futsch. Protection 3, das sind 9 Level. Nicht so einfach. Ach ne, das ist angeln, dauert nur zu lange, da gehe ich lieber in die Mine und baue ein bisschen Kohle ab. So. Du hast keine Rüstung an, Ike. Ich weiß. Ja. Ich ziehe erst wieder an, wenn ich die Teile verzaubert habe. Also die anderen Verzauberungen alle drauf gehauen habe. So lange renne ich jetzt ohne rum. Äh, die beiden Öfen, die jetzt hier unten an meinem Bauwerk stehen, bitte nicht das Glas rausnehmen, als ich da gerade schmelze. Ähm. Aber C2. Was dann? Dann sag doch was, ich habe eine Doppelkiste Glas. Äh, ich habe gerade ein bisschen was an Sand gesammelt, also ich habe genug. Trotzdem, ich baue den Platz wieder. Möchte ich, wo möchte ich meinen Eingang haben? Möchte ich ihn hier haben oder möchte ich ihn hier haben? Du kannst, wenn du, äh, Glas Element hast, kannst du einmal das Dach ausfüllen. Äh, also hier jetzt. Hm? Ich baue hier meinen, äh, Eingang hin. Das ist gut. Das sind beiden. Ah, das wären die beiden. Das bedeutet aber auch... 1,2, 1,2. Nein... Du meinst, du bist du... du trägst keine Rüste mehr, bis du die komplett NATO ride fertig verzaubert hast? Nein. Bis ich Bücher drauf verzaubert hab. Kannst du mir kurz einen Gefallen schieben? Fick dich! Einmal Wasser rein droppen. Wasser? Ja, Wasser. Einfach. Genau. Was ist denn das für ein Kamikaze-Skelett? Hier. Was ist das noch raus? Verhalt einfach. Okay, genug. Ich freu mich grad auf, dass ich in meinem Eimer, den ich extra mit bin, noch gar kein Wasser drin habe. Sondern Lava. Alter, was war das für ein Kamikaze-Skelett, ey. Leck mich am Arsch. Kamikaze-Skelett? Das hat mir ohne Rüstung grad acht Herzen auf einmal abgezogen. Sehr gut. Ey, ist ja schlimmer als die Japaner im zweiten Weltkrieg. Und die designentscheidungsmäßigen Sachen an den Eingang. Oh. Ich hab heute bei Heroes & General jetzt ein Typ sie so aufgeregt. Oh. Weil der ist immer mit seinem Flugzeug absichtlich abgestürzt. Jaja, das machen die meisten. Ich frag mich nur warum. Das ist doch gar nicht Sinn und Zweck des Spiels. Was? Nicht nur das, das bringt doch nix. Dann spart man erstmal 500 Jahre wieder. Aber ich glaub die wollen einfach nur ein paar Kates mal machen. Wenn sie sonst nie Erlebnisse haben. Ja. 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 Ich hab immerhin schon wieder sechs Level gesammelt. Wow. Schlieger? Also warte. Oh Mann. Hast du das gewohnt? Hittend? Also dass das nicht mal Zeit zum zweiten Schuss hatte. Ike? War es das Skelett? Ja. Ne. Ich bin abgehauen. Ähm. Hab mich dann zugebaut. Also ich hab zwischen mir und dem Skelett, weil ich bloß einen Block breiten Weg über die Lava hatte, hab ich zwei Blöcke hingesetzt. An der Seite frei gebaut. Und dann mit dem Schwert, weil es den Hockbeck hat, in die Lava geschubst. Also. Ich hab mich gewundert, weil normalerweise schaffen die es ja mindestens zwei, dreimal zu schießen. Ne, also. Oh, Diaz. Also im Wegrennen, da bin ich auch recht gut. Ich wollt grad sagen, haben wir irgendwo Kälb, aber mir fällt grad ein, ich bin gestern, letztes Mal die ganze Zeit durch Kälb durchgeschwommen. Kälb gibt's echt überall. Ja. Oh, ich hab's schon geschafft, einen Ozean zu finden, wo ich gefühlt kein Kälb hatte. So. Warum find ich jetzt Diaz, wo ich keine brauche? So, du brauchst Level. Und Diaz gibt im Game auch Level. Naja. Ja. Aber nicht so viel. Okay, das zeig ich dann. Na, ich geh mal kurz auf dem Ozean. Äh, da. Ich bin schlau diesmal. F3. Und einen Screenshot gemacht, dass ich selbst die Koordinaten wiederfinde. So. Ist das ja, das ist ein Magma-Block. Magma-Block hab ich jetzt schon mal selbst gefunden. Hm. So. Eigentlich könntest du doch da ne Timelapse-Folge draus machen, wenn du eh mein bist. Nö. Es sind ja bloß 10 Minuten bis jetzt und daraus auch schon wieder Diaz. Daraus mach ich keine Timelapse-Folge. Sollen seit vor skippen. Wenn sich überhaupt jemand die Folgen anguckt. Ich tue es. So. 10 Level. Neuner brauche ich bloß. Reicht. 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 Willi, wie würde man den Kampf mit dem Skelet verpassen. Wo ich gleich schon wegrenne. Hä? Jetzt ist doch ein Endermed. Das, 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 das. Brauche ich alles nicht. Tschüss. Mein-Kart. Ehhh. Ok. Tschüss. Was denn? ich habe das minecart an der schräge angesetzt dort ist ja noch mal eine power rail da drauf geschoben und es ist hochgefahren bis kurz vor die nächste power rail und dann hat es kehrt um gemacht jetzt fährt es in die andere richtung so ist nach oben magma block nach unten auch unbedingt so sind eigentlich was da eigentlich mit elevators nein ich will das aufzug haben ich verstehe nicht warum aber egal jetzt hat die schattelein weggelegt mal wasser aufzüge fans sie sind musst du sogar noch reichen ich habe jetzt noch sechs levels kann doch weniger könnte ich sogar noch mal was mit den schulchen anstellen habt ihr eigentlich schon vor uns irgendwo bekommen war ja beim angeln einmal buch mit fonds geangelt einzige bisher 2 oder 3 3 kann ich die kühe ausmerzen sie mir fehlt noch einfach das level 4 5 6 also 3 kühe bei 6 weet 1 2 1 2 1 2 genau drei stück haben gereicht und ich hat noch weg zwei das sieht man voll ja ist sie was mir gerade auffällt wir haben eine sache nicht bedacht als wir das letzte mal unterwegs waren und reisen waren bei diesen dummen portal ruinen born soul sind ja gut ich bin erstmal damit zufrieden erstmal hier mal wieder ein bisschen was durchbrennen das 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 und das das 4 das 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 hier hab ich noch was das und das da da das da so genau die bäume die bäumchen 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 da und da 1, 2 1, 2 1 wow aus 3 bäumen 1 einzigen sapling rausgekriegt aus 3 was bäumen dschungelbaum boah bist du unlucky und hier kam kein sapling raus geil scheiße ich brauche nämlich so großen vierer baum weil ich die list abbauen will ich muss dann erstmal gucken wieviel folge wir sind aber du hast doch sicherlich gerade auch geld bekommen oder ja ich habe über zwei stacks dschungelwut kann ich ein bisschen was du kannst gerne ein stack haben da fehlt schon wieder ich habe dort doch stack code reingehauen so alter verpiselt die sich auf schnell komm 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 mach 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 oh vier level rausgekriegt läuft 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 heute ist ich level geil wieder vor allem ich bin vor allem ich bin vor allem vor allem Vielen Dank.